Hallo liebe Pilzfreunde, heute geht es um eine wirklich wunderschöne, aber dafür relativ kleine Art und zwar den Halsbahnschwindling. Warum die Art so heißt, wie sie heißt, wo und wann man sie finden kann, wie es mit Speisewert und Verwendbarkeit und den typischen Verwechslungspartnern aussieht, das erfahrt ihr in diesem Pilzporträt. Auf geht's! Der Halsbahnschwindling ist ein Folgezersetzer, den man vor allem in Laub und Laubmischwäldern finden kann. Der Halsbahnschwindling bewohnt dabei meist auf dem Boden liegende, feuchte bis teilweise auch etwas morsche Äste von totem Laubholz. Manchmal findet man die Halsbahnschwindlinge aber auch auf anderen Pflanzenresten oder holzigen Stängeln von Brombeeren. Finden kann man den Halsbahnschwindling vom Frühsommer bis in den späten Herbst hinein. Was ist denn das absolute Kernmerkmal der Art? Das absolute Kernmerkmal der Art sind die weit voneinander stehenden Lamellen, die sich an einer Art Ring, dem sogenannten Koller, weit vor dem Stiel treffen. Es sieht also wirklich so aus, als würde ein, in Anführungszeichen, Halsband den Stiel umschließen und so für einen Abstand der Lamellen vom Stiel sorgen. Wie sieht es denn mit Speisewert und Verwendbarkeit aus? Kann man den Halsbahnschwindling sammeln und verzehren? Der Halsbahnschwindling ist alleine aufgrund der extrem kleinen, dünnfleischigen Fruchtkörper kein Speisepilz. Die Art besitzt außerdem keinen besonderen Geruch und eine wenig aromatische Geschmacksprobe. Die Art ist also im Habitat wieder mal deutlich, deutlich besser aufgehoben als im Speisepilzkorb. Kommen wir nun zu einer detaillierten Beschreibung. Woran könnt ihr Halsbahnschwindlinge erkennen? Halsbahnschwindlinge erreichen einen maximalen Hutdurchmesser von bis zu 2 cm. Im Durchschnitt erreicht der Hutdurchmesser meist aber nur ungefähr 1 cm. Die Hutoberseite ist im Schnitt weißlich, reinweißlich, cremeweißlich, hellockerweißlich gefärbt. Die Hutmitte ist dabei oft etwas dunkler gefärbt als der Rest der Hutoberseite und fällt richterartig vertieft aus. Der Hutrand fällt stark gerieft aus. Auf der Hutunterseite befinden sich beim Halsbahnschwindling weißlich bis hellweißgelblich gefärbte Lamellen. Die Lamellen besitzen einen sehr großen Lamellenabstand. Kurz vor dem Lamellenansatz am Stiel befindet sich das bereits erwähnte ringförmige Gebilde, das die Lamellen optisch deutlich vom Stiel trennt. Exakt dieses ringförmige Gebilde ist eben das Halsband, auch genannt Koller, das der Art den Namen Halsbahnschwindling eingebracht hat. Das Sporenpulver ist weiß gefärbt. Der Stiel der Halsbahnschwindlinge erreicht eine Länge von bis zu 6 cm und einen Durchmesser von nur 1 bis 2 mm. Der Stiel ist vergleichsweise lang und dabei wirklich extrem dünn. Eigentlich ein Wunder, dass so ein dünner Stiel so einen im Vergleich wuchtigen Hut dann letztendlich tragen kann. Am Stiel befindet sich ein Farbverlauf von weißlich über rot-bräunlich an der Stielspitze bis zu schwärzlich in Richtung der Stielbasis. Das Fleisch der Halsbahnschwindlinge ist extrem dünn und im Hutbereich weißlich bis weißgelblich gefärbt. Im Stielbereich dafür viel, viel dunkler, eher schwärzlich. Ein Schnittbild war bei unseren Funden der Art bisher aufgrund der Dünnfleischigkeit nicht wirklich möglich. Die Art besitzt einen weitestgehend neutralen Geruch und eine milde, aber wenig aromatische Geschmacksprobe. Wie sieht es denn mit den typischen Verwechslungspartnern aus? Kann man den Halsbahnschwindling wirklich mit anderen Arten verwechseln? Ja, es gibt schon die ein oder andere ähnliche Art, aber wenn man auf die Größe in Kombination mit dem Habitat und eben dann das typische in Anführungszeichen Halsband auf der Hutunterseite achtet, würde ich sagen, ist eine Verwechslung nur ganz, ganz schwer möglich. Hier aber trotzdem ein, zwei, drei Beispiele mit potenziellen Verwechslungspartnern. Mit am ähnlichsten dürften die Käsepilzchen ausfallen. Auf Laubstreu kommt das Laubstreukäsepilzchen vor, auf Nadelstreu, wer hätte es gedacht, das Nadelstreukäsepilzchen. Es handelt sich um noch kleinere, unscheinbarere Arten. Käsepilzchen besitzen zwar im Vergleich zum Halsbahnschwindling eigentlich schon fast identische Fruchtkörper, die im Schnitt aber nur ca. 50% der Höhe und des Hutdurchmessers vom Halsbahnschwindling erreichen. Handelt es sich um das Nadelstreukäsepilzchen, kann auch das Habitat als Unterscheidungsmerkmal dienen. Halsbahnschwindlinge erscheinen in der Regel nicht auf Nadelstreu. Der Knoblauchschwindling kann ähnlich groß und ähnlich gefärbt ausfallen, hat ebenfalls die typische dünnfleischige Schwindlingsoptik und wächst gerne aus dünnen Totholzästen heraus. Der Knoblauchschwindling ist ein ganz, ganz beliebter Würzpilz, kann also sogar für Speisezwecke gesammelt werden. Knoblauchschwindlinge sind bei uns in Oberbayern aber typische Nadelwaldbewohner und besitzen einen extrem intensiven Knoblauchartigen Geruch und Geschmack. Beides ist so beim Halsbahnschwindling definitiv nicht der Fall. Der Kohlstinkschwindling fällt ebenfalls ähnlich groß aus und auch die Farben können zumindest etwas ähnlich ausfallen. Allerdings ist der Kohlstinkschwindling, wie der Name wieder mal schon treffend beschreibt, ein echter Stinker. Die Art besitzt einen unangenehmen Geruch nach fauligem Kohl. Insgesamt ist der Kohlstinkschwindling dann auch doch etwas dickfleischiger und besitzt mit dem doppelt gerillten Stiel ein tolles Kern- und Unterscheidungsmerkmal. So viel zum Halsbahnschwindling. Jetzt die Fragen in die Runde. Ihr kennt es ja bei unseren Pilzporträts. Habt ihr denn den Halsbahnschwindling schon mal finden können? Habt ihr vor diesem Pilzporträt überhaupt schon mal was vom Halsbahnschwindling gehört? Würde mich wie immer brennend interessieren. Haut es in die Tasten, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie man an diesem Porträt wieder wunderbar sehen kann, uns interessieren nicht nur Steinpilz und Pfifferlinge und wenn auch du dich so intensiv für die Welt der Pilze interessierst, dann bist du auf unserem Kanal eigentlich genau richtig. Ja und dann würde ich mich über ein Abo sehr, sehr freuen. Wenn du uns schon abonniert hast, wie immer die Bitte, gerne einen Like oder Kommentar da lassen. Das hilft uns nämlich wirklich weiter. Ja und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder auch im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.